und damit willkommen zu einer neuen vorstellung freunde heute haben wir eine demo die erste demo die wir hier im podcast mal besprechen ist mir ein riesengroßes anliegen diese demo ein bisschen bekannter zu machen weil die wirklich wirklich potenzial hat die rede ist von plass modulated mit dem titel plass modulated ist die debüt demo die rausgebracht worden ist 2022 jetzt death metal aus florida aus der feder von mike colby ist ein ein mann projekt und zugleich auch ein side projekt also er hat schon so ein paar andere das metal und du metal projekte am laufen und jetzt ist er hier als ja one man projekt sozusagen an den start gegangen und mein lieber herr gesangsverein was ist da bloß rausgekommen nicht nur vom cover artwork her absolut antriggernd sondern auch musikalisch und das wollen wir jetzt mal durchsprechen die demo am elften rausgekommen 11. märz noch im ersten quartal 2022 hat fünf songs drauf knappe ich sag jetzt mal 17 minuten gute 16 minuten spielzeit ist ein bisschen kurz geraten aber für eine demo völlig ausreichend auf tape erschienen 300 stück limitiert bei gurgling go records und gibt es einmal in der neongrünen ausführung und einmal in so einer roten ausführung beide sehen richtig schick aus ungefähr auch hier so zwölf dollar etwa wird die kosten kann man bei scam records zum beispiel bestellen inklusive t-shirt das t-shirt kostet 29 dollar ja was soll ich sagen freunde einmal gehört und ich dachte auch what what ist dat denn kleiner ausflug in die hölle würde ich sagen klingt wie ja kleine schleimige tropfende monster parasiten die da irgendwie den ohrenschmalz aus den ohren rausschälen ja so etwa wie man das auch auf dem cover artwork sieht so eine schleimmonster da drauf da irgendwie so eine ganze matschsuppe so klingt dieser death metal der da aus florida kommt aber mal ein bisschen präziser da reingehen womit haben wir es denn genau zu tun die fünf songs bauen auf auf der struktur ganz klar florida schule des death metals aber hier ist dieser thrash metal anteil wie er auch selbst sagt recht hoch das heißt wir haben hier thrash metal riffs die auf death doom vocals treffen das ganze noch mit coolen effekten und passagen versehen so dass man da denkt was das denn jetzt hier so spacige geräusche und so und das ganze ist richtig gut zugänglich bei mittlerem tempo so in etwa kann man plasmidulated beschreiben musikalisch du hast auf der einen seite dieses böse dieses brachiale dieses schleimig tropfende monster parasiten gedöhnt was da wirklich dabei ist da so wirklich deine ohrmuschel auszuschälen ja richtig so da kommt dann auch so ein so ein geräusch da drin vor da denkt man auch so oh jetzt hat er aber wirklich da die kante erwischt und das ganze wirklich mit so einer tiefen verhalten death doom growls die da irgendwie drin vorkommen und das ist wirklich so 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 eine so eine polarität die aber wirklich funktioniert musikalisch ist selten ist jetzt nicht so wo ich sage mir fällt jetzt eine band so sofort ein die ähnliches macht das heißt es hat schon mal sehr sehr großen wiedererkennungswert und das finde ich gut der fokus liegt ganz klar auf den gitarren und wenn man sich da mal bei bandcamp anguckt wie er da steht der hat eine double guitar also das ist erst mal ist klar da spielt der wind da geht es ab das ist absolut thrash metal riff das ist solis das ist gitarre das ist sein thema das ist hammer und die ist wirklich so eingängig und die 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 zerschneidet ein freunde die zerschneidet ein das tropft das zerschneidet ein das macht richtig laune das macht richtig laune mehr kann man dazu nicht sagen auf jeden fall ein geheimtipp hier solltet ihr mal wirklich reinhören gerade wenn ihr bock habt auf klar old school death metal der aber modern offen ist und vor allen dingen wirklich auch innovationen bietet weil wer jetzt sagt so death metal ist tot der sollte noch mal eine chance geben plasma related hat es auf jeden fall drauf musikalisch großes kino ich werde mich mal mit diesem mike colby mal ein bisschen auseinandersetzen mal sehen wie seine anderen projekte so sind aber das ding hier das ist cool thrash metal riffs mit des doom vocals mit spacigen effekten und passagen bei mittlerem tempo so kann man es wirklich perfekt beschreiben richtig genial und ich fand wirklich schade dass jetzt die demo schon nach guten 16 minuten zu ende war weil da hätte ich gerne noch mehr von gehört und ich freue mich jetzt schon riesig auf das album habe ich mir ganz ganz fett oben auf die liste gesetzt dass ich hier das projekt weiter verfolgen werde weil das stelle ich mir richtig gut vor also das soll mal schön so bleiben so rustikal und so ja mit so einem scharren mit so einem wiedererkennungswert ja ich sag mal ich bleibe dabei das sind so kleine schleimige tropfen monster parasiten die dir da wirklich da im ohr rumstochern und alle drausschälen ja richtig geil so muss death metal sein so macht da richtig spaß muss nicht immer der slam sein es gibt auch was was aus florida kommt was richtig geil ist aber gut da gibt es einiges was richtig geil ist kommen wir noch kurz zu dem cover art work zu sprechen ja ich denke mal das cover art work gibt gut wieder so wie die musik klingt vielleicht noch sogar ein bisschen untertrieben gruesome graphics hat das ganze angefertigt inklusive des logos ist wie gesagt ein frisch gestartetes projekt der 2022 und ich denke man kann gespannt sein was da passiert also der typ der hat auf jeden fall bock denke ich mal guten metal zu machen das potenzial ist zweifelsfrei da das hört man aber auch sofort raus schon nach dem ersten song das das startet auch gleich so ne dass du bist sofort drin das ist das holt dich sofort ab und jetzt braucht man nur noch warten bis er gutes studio hat dann da rein gerannt und und hier schönes album aufnimmt für uns ne ja mal schauen ich glaube das t-shirt muss ich mir bestellen nur aus dem amiland ist immer ein bisschen schwierig naja das war jetzt erst mal meine letzte vorstellung gewesen musik vorstellung jetzt muss ich erst mal wieder ein bisschen was hören die nächste podcast folge wird glaube ich wieder ein bisschen themenspezifischer sein denke ich mal weil jetzt will ich erst mal wieder ein bisschen musik hören auch aus dem ersten quartal und ja dann werde ich euch nächste woche wieder die alben präsentieren die ich gehört habe und dann könnt ihr euch drauf freuen da gibt es wieder neuen stuff von mir hier in diesem metal klang podcast das war's mit mir gewesen ich sage schön dank fürs zuhören fürs interesse und bis zum nächsten mal ciao der marco